Die CDU Deutschlands derzeit größte Partei im Bundestag verhindert, dass Jugendliche vom Marketing der Tabakkonzerne geschützt werden. Guten Morgen! Die Sache war schon beschlossen. Den großen Tabakunternehmen sollte verboten werden auf öffentlichen Plakaten und im Kino Jugendliche mit ihrem Marketing so zu beeinflussen, dass Jugendliche Rauchen mit positiven Dingen verbinden. Freiheit, Unabhängigkeit, Individualität. Dies wird permanent versucht und Kinder und Jugendliche sind dieser Tabakindustrie auch ausgesetzt. Daher hat das Kabinett im April diesen Jahres schon beschlossen, dass ab Juli 2020 diese Werbung verboten werden sollte und keine öffentlich zugängliche Beeinflussung von Kindern und Jugendlichen mehr stattfinden darf. Im Kino entsprechend nur bei Filmen die ab 18 Jahre freigegeben sind. So wird gewährleistet, dass die Kinder geschützt sind von den monetären Interessen der Unternehmen. Ein grundsolider Gesetzesentwurf und da auch mal ein Dank an die deutsche Politik, dass sie sich da wirklich gegen die Interessen der Wirtschaft stellt und klar die Interessen des Volkes bedient. Denn wir alle lieben unsere Kinder und wünschen dass sie möglichst wenig negativen Einflussfaktoren ausgesetzt sind. Und der Wunsch nach Zigaretten und Tabak ist definitiv etwas was dem Kind mehr schadet als nützt. Zumindest aus meiner persönlichen Perspektive. Also ist alles gut. Nein! Normalerweise sollte es vor der parlamentarischen Sommerpause behandelt und dann auch endgültig beschlossen werden. Und plötzlich steigt die CDU aus dem Rennen aus. Gewisse Abgeordnete, so Unionsexpertin Gitta Connemann in der Saarbrücker Zeitung haben plötzlich große Vorbehalte gegen weitere Verbote. Dazu muss man wissen dass die Tabakindustrie nachdem der Gesetzesentwurf im April von allen regierenden Parteien inklusive der CDU unterstützt wurde total aggressiv reagiert und Sturm gelaufen ist. Nun 3 Monate später entscheiden sich ganz spontan einige Unionsmitglieder und wollen doch nicht das Verbot. Hier kann man ganz klar den Einfluss der Tabaklobbyisten der entsprechenden Wahlkreise erkennen. Hier kann man ganz klar den Einfluss der Tabaklobby erkennen. Es macht einfach keinen Sinn dass innerhalb von 3 Monaten mehrere Unionspolitiker ihre Meinung so radikal ändern. Hier kann man wunderbar den Einfluss der Wirtschaft erkennen. Interessanterweise kann man natürlich auch erkennen dass dieser eben begrenzt ist. Hier wird verzweifelt mittels Geld und Macht versucht die politische demokratische Entscheidung im Sinne des Volkes zu unterwandern und gerade mal eine Verzögerung ermöglicht worden. Aber wir werden an diesem Beispiel sehen dass über kurz oder lang die Politiker im Sinne des Volkes entscheiden werden. Wenn nicht diejenigen CDU Politiker die jetzt noch ihre von der Wirtschaft gesponserten Schäfchen ins Trocken bringen wollen, dann eben die nächsten Politiker die noch mit Idealismus ausgestattet sind. Es gibt hier kein Schwarz und Weiß. Es wird ständig von der Wirtschaft versucht mit der Macht des Geldes politische Entscheidungen zu prägen. Und daher brauchen unsere Politiker das Vertrauen und die Anerkennung der Bürger für die sie einstehen sollen und auch wollen. Es ist sehr gefährlich die Politiker ständig anzugreifen aber andererseits zu erwarten dass sie den Verlockungen des Geldes und der Macht der Wirtschaft widerstehen. Macht Euch das mal bewusst. Hier sehen wir öffentlich wie die Wirtschaft alle Hebel und Einflussfaktoren in Bewegung setzt. Denn ein derartiger Sinneswandel von einigen CDU Politikern ist nicht zu begründen da keine neuen Erkenntnisse bezüglich des Rauchens oder der Schäden durch das Rauchen bekannt wurden. Und dass die CDU sehr wirtschaftsnah ist und entsprechend eine weniger intelligere Personenstruktur hat wie andere Parteien ist auch bekannt. Selbst ihre Regierungspartner SPD die im Schnitt deutlich volksnäher agieren zeigt sich komplett entrüstet von dieser Situation weil es so offensichtlich ist. Der SPD Mann Rainer Spiering verweist noch einmal auf die Dringlichkeit dieses Gesetzes und zeigt sich komplett fassungslos und hegt öffentlich großes Unverständnis gegenüber seinem Koalitionspartner. Und ich auch. Daher bringe ich Euch diese Informationen um diese politische Situation transparenter für Euch zu machen. Die CDU lässt sich aufgrund ihrer Wirtschaftsnähe viel schneller von ihren wirtschaftlichen Verbündeten beeinflussen. Und denkt bitte daran wenn Ihr 2017 wieder wählt wer Euch vertreten soll. Denkt auch daran wenn Ihr NICHT wählt und Euch dann wieder aufregt dass Entscheidungen nicht in Eurem Sinne getroffen werden. Daran denken 2017. Denn insbesondere die großen etablierten Parteien wie die CDU profitieren von den Nichtwählern. Also heute beim Thema Tabakwerbeverbot nochmal das Bewusste darauf hinweisen. Marketing ist echt eine unglaubliche Waffe. Viele realisieren das gar nicht wie sie selber auch Opfer von Marketing sind. Warum wir oft kaufen was wir kaufen ist im Großteil der Fälle dem Marketing von Unternehmen geschuldet. Warum wir denken dass wir etwas brauchen entscheidet das Marketing der Unternehmen. Dieser Einfluss ist enorm. Gerade in einer recht freien Marktwirtschaft. Das Marketing ist das Kriegsarsenal des neuen Jahrtausends. Es werden immer weniger Kriege auf dem Land, zur See oder der Luft geführt, sondern die Kriege werden viel subtiler geführt. Es wird auf Wirtschaftsebene übernommen, zugekauft, angeklagt, isoliert und wir die Käufer von Produkten sind die Krieger. Wir sind die Fußsoldaten. Ob wir Apples iPhone oder Samsungs Galaxy kaufen ist von großer Bedeutung. Wir entscheiden uns für eine Marketingkampagne und unterstützen somit eine Seite und wenn wir irgendetwas von beiden kaufen wählen wir den Krieg. Umso wichtiger ist es dass die Politik dafür sorgt dass wir in diesen Kriegen in denen wir zwangsläufig verstrickt werden nicht noch mehr leiden als ohnehin schon. Dieser Kaufwahn der Drang immer das neueste Produkt zu wollen. Das vergleichende Denken und die Assoziation von technischen Geräten mit einem Lebensgefühl ist erschreckend und beängstigend. Aber wenn dann noch gesundheitliche Risiken hinzukommen, dann werden auch unsere Volksvertreter intervenieren. Aber auch das sind Menschen und unterliegen dem Einfluss des Marketing. Und wenn man dann jetzt seine Stimme noch schnell ändert wie einige der CDU Politiker, dann kann man eventuell das Häuschen in Grün vielleicht schneller abbezahlen oder die Elite Uni des Sohnemanns finanzieren. Politiker sind genauso Menschen wie Du. Wir sind alles Krieger in einem Krieg der Wirtschaftsgiganten. Macht Euch das bewusst und denkt nicht immer daran dass die Politiker Eure Feinde sind. Sie sind der einzige Schutz den wir auf gesellschaftlicher auf übergeordneter Ebene haben und wir sind dafür verantwortlich wen wir da ganz oben als Entscheider haben wollen. Ich hätte lieber ein anderes System geprägt von Liebe und von Freiwilligkeit. Aber da bin ich meiner Zeit voraus. Ich muss genauso wie ihr das müsst in diesem System arbeiten und schauen wie man das Beste irgendwie rausholen kann. Und das bedeutet am System zu partizipieren und es positiv zu beeinflussen, anstatt nur rumzunörgeln und zu meckern. Wählen gehen, schauen was das kleinste Übel ist und ob es auch mal eine Parteischaft komplett mit seiner eigenen Meinung deckungsgleich zu sein, sich zu informieren und diese dann auch zu unterstützen. Da ich diesbezüglich auch eine ganz klare Überzeugung habe und selber die Gesellschaft positiv verändern möchte werde ich auch hier auf diesem Kanal Menschen keinen Raum geben die andere Menschen permanent überzeugen wollen, dass nichts tun und rumheulen und anderen die Schuld geben die bessere Alternative ist, anstatt wirklich sich positiv zu engagieren. Und das bedeutet vor allem nach meiner Überzeugung Menschen direkt mit Liebe begegnen, Menschen helfen und so weit wie möglich freiwillig ohne Gegenleistung agieren und eben einmal auch alle 4 Jahre innerhalb des Systemes seine Stimme zu erheben bevor man sich wieder den wirklich wichtigen zwischenmenschlichen Situationen widmet, die die Menschen nachhaltig ändern und die dann irgendwann auch das politische System als solches ändern werden. Aber ihr ändert nichts indem ihr nichts tut. Gerade in der Politik verstärkt ihr das aktuelle System mit nichts tun. Ich bin gespannt wie es mit diesem Gesetz weitergeht, für mich ein ganz klarer Indikator wie es zurzeit mit der Politik aussieht, ich bin absolut dafür die Kinder vor Marketing jeglicher Form zu schützen. Ich bin sogar in dem Zuge für eine Schuluniform aus dem selben Grunde. Ich würde generell Werbung verbieten, sondern einfach Produkte in TÜV zentifizierten Tests gegeneinander antreten lassen und das Ergebnis einfach öffentlich machen. Was ist Eure Meinung zum Tabakwerbeverbot, zur Aktion der CDU Politiker und wie schätzt ihr das Marketing in seiner Gefährlichkeit ein? Großes Thema. Ich bin gespannt auf Eure Kommentare. Machts gut Euer Christian. Tschüss.